Ein klein wenig Geduld mussten die Kinder am Moosburger Stadtplatz schon mitbringen. Aber zu guter Letzt ist das Christkindl ja doch gekommen. Und man hatte ja gute Methoden, die Wartezeit zu überbrücken, wie beispielsweise das Singen von Liedern. Immerhin ist das Rathaus groß, stellte Bürgermeisterin Anita Meinelt fest. Es wird sich doch nicht verlaufen haben. Möglicherweise hat es ja auch den Engel Aloysius getroffen. Bleibt nur zu hoffen, dass es dem Christkindl gelingt, seine himmlische Post schneller zuzustellen. Singen kann es jedenfalls hervorragend.